Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, 7 Uhr 2 Minuten, Sommerzeitumstellung und man hört schon wieder einige Flugzeuge am Himmel rauschen. Ich weiß nicht, ob du das Geräusch da hörst. Jetzt ist es wieder weg. 26.03. und könnte ein sehr schöner Tag heute werden. Ja, da in der Ferne sehe ich jemanden. Aber den bekomme ich leider nicht scharf herein. Ich würde sagen, ich mache mal ein paar... Ja, schauen wir, vielleicht sehen wir da hinten auch ein paar. Ja, jetzt sehen wir was. Genau. Also ganz langsam dreht sich da hinten was. Es ist halt noch ein bisschen zu schwach belichtet. Das schafft diese kleine Kamera nicht so ganz. Aber schauen wir mal, ob wir bei den Schwurbelkurbeln mehr sehen. Moment, ich muss mal da rüber gehen. Ja, und hier sehen wir wieder das Wunder. Das Wunder der Lächerlichkeit. Es ist bemerkenswert. Ich würde sagen, es geht ein bisschen Wind, also man spürt, man spürt einen leichten Windhauch. Also wenn ich sage, es ist windstill, wäre das nicht die Wahrheit. Aber hier vorne sehen wir im Vordergrund mit Dieselantrieb und hinten im Hintergrund sehen wir ohne Dieselmotorantrieb. Also sehr, sehr spannendes, CO2-sparendes Geschäftsmodell. Gut, das war's. Ende. Ja, ich höre überall die Flieger, aber ich sehe keinen. Das ist verrückt. Ja, da ist der eine von vorhin. Na gut, Ende. Ja, da ist der eine von vorhin.